Und hier arbeitet nicht nur ein Roboter, sondern es düst eine ganze Roboter-Plotte durchs Lager. 75 sogenannte Carrier verrichten hier einen wichtigen Job. Sie bringen nämlich die Regale mit den bestellten Artikeln direkt zu den Mitarbeitern an die Packstation. Hallo! Darf ich ein bisschen mithelfen? Ja, natürlich. Okay, was muss ich machen? Kommt das Regal an der Packstation angefahren, muss ich den bestellten Artikel nur noch rausnehmen, abscannen und dann die Ware in den richtigen Karton legen. Fertig. Die Mitarbeiter müssen also nicht mehr wie früher selbst durchs Lager latschen und die Bestellung zusammensuchen. Das übernehmen jetzt die Carrier. Ziemlich.